Im Stream von Destiny Mal gucken, wie weit ich heute komme Ich wollte mein neues legendäre Teil noch verdienen Warte mal rein, das ist... Wo Das ist ein bisschen langweilig, da ich mir jetzt mal wieder Strikes spielen werde Bescheid Weiterschön G мир Musik Beide Musik Okay. Etwas Dunkles lauert tief im Höllenschlund. Wir spüren es. Eine Schammonstrosität, gezüchtet für unvorstellbares Übel. Wir müssen in ihre Beschwörungsgruben eindringen und dieses Geschöpf zerstören. Bevor die Schar es auf uns hetzt. Wer weiß, wie weit wir runter müssen, bis wir die Beschwörungsgruben finden. Wir müssen in ihre Beschwörungen entstehen. Sieht nicht auf uns, es ist noch nicht enthalten. Und wer wirst uns ... Sieht nicht, dass sie sich auf den WDR bestätigen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Oh, no! Oh, no! Ich erkenne ein Muster. Sollte nicht lange dauern. Oh, no! Oh, no! Ich hab's. Das Tor öffnet sich. Ich hab's. 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 Ich habe noch einen B-N-G-E-G-E-S-M-T-A-N. Oh, oh, oh! Ja, immerhin an der Kette. 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 Das war's für heute. Du hast es erledigt. Endlich wurde das Monstrum zerstört. Die Vorhut wird dankbar sein. Eine Kreatur der Finsternis wurde besiegt und unsere Welten vor diesem Übel verschont. Doch wie viele Scham und Krositäten sind noch da draußen und wachsen in der Dunkelheit heran? Wir werden es wohl allzu bald wissen. Alle sind hier oben. Was ist das? 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 Wo ist das? Who ist das? Was ist das? Wo ist das? Gut. Das klappert aber übel. Gut. Ah, ich hab's ja mit ihm unterfallen. Ah, cool. Für Signora Eva Levante. Ah, was ist das denn? Was ist das denn da? Ah, cool. Jetzt war ich auch hier, wo ich diese Scheiße kriege, ey. Was heißt der Allianz? Vielleicht denn diese Knarrigen kriegt. Und dann auch noch gleich wieder hohes Level. Also, die wir jetzt nochmal vergleichen mit der hier. Also, die hat Stabilität. Oh, geile Scheiße. Geile Piste. Geile Piste. Ganz ehrlich. Hier. So. 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 Huch! Das war's für heute. Was ist das denn? Scheiße, Alter, ist das denn? Schade, zu wenig. Ich brauche hier 65, also das heißt ich muss noch 3 Strikes machen. Hat die nicht erst Tendentenergie 6? Ach, Aszendentenbruchstück! Äh, Scheiße? Hab ich doch gar nicht. Ach doch da! Scheiße! Das wird ewig dauern meine legendäre Sachen fertig zu machen. Die Gefallenen in der Ishter sind nicht so gut. Senker auf der Venus. Haben wohl das Gefängnis der Alten im Riff geblendet. War ein Archon-Priester drin. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Sie werden die Seele des Archon-Priesters schnell wiederherstellen. Wir sollten schnell zu den Höhlen. Die Seele des Archon-Priesters. Die Seele des Archon-Priesters. Die Seele des Archon-Priesters. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn die Gefallenen schon die Wechs vertreiben, sind sie auch auf uns gefasst. Der Archonpriester wird sicher gut beschützt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen da durch. Ich seh mir das mal an. Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 geht leider nicht ich glaube ich brauche ich mal kurz den Stream ab, dann braucht es ja nicht so ein scheiß Update damit anzusehen sag ich mal bis gleich Jungs und Mädels, bis gleich